Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich dachte mir, wir folgen mal einem YouTube-Tutorial von Huda Beauty. Huda Beauty ist mittlerweile zu einer Ikone empor gestiegen, was im Make-up-Bereich angeht. Und ich dachte mir, wir schauen mal, was ihre Make-up-Routine auf meinem Gesicht so kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn, falls ihr sie kennt, oder falls nicht, sie benutzt sehr, 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 sehr viel Make-up. Und wenn ich sage, das ist viel Make-up, dann ist das viel Make-up. Freunde, ich bin richtig, richtig, richtig gespannt, was das Ganze kann. Ich habe hier auf meinem iPhone ein Tutorial und wir werden ihrem Tutorial folgen. Ich schaue mal, dass ich das hinkriege, dass ich euch das hier so ein bisschen einblenden kann. Deswegen rutsche ich ein bisschen anders an die Kamera gleich dran, dass ich hier noch ein bisschen Platz habe, um das Video einzublenden. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß daran und Lust darauf. Nehmt euch einen Drink, vielleicht keinen Kaffee mehr um diese Uhrzeit. Wenn ihr es morgen früh guckt, macht euch einen Kaffee und kommt wieder hierher. Wir schminken uns gemeinsam. Und falls ihr hier noch seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz, wirklich, ganz herzlich bedanken für den ganzen Support unter meinem letzten Video, dem Spendenvideo von Australien. Das war das vorletzte Video. Es ist so durch die Decke gegangen. Ich bin gespannt, was wir dabei rumkriegen. Ich habe leider noch keine Zahlen jetzt. Ich drehe das Video nämlich vor. Aber vielen, vielen, vielen Dank. Und das bedeutet mir ganz viel, dass ich so eine krasse Community habe, die hinter mir und hinter meinen Ideen steht. Also vielen Dank dafür. Jetzt, Freunde, geht es auch los. Und ich rutsche ein Stückchen näher an die Kamera ran, weil ich bin so weit weg vom Tisch. Und wir schauen mal, was die Gute macht. Okay, sie fängt an mit Primer und benutzt den Tatcha Silk Canvas. Den habe ich nicht mehr. Ich habe den verkauft, weil ich brauche keinen Primer für 90 Euro. Wir haben den Elf Putty Primer. Das ist exakt genau dasselbe Produkt. Und sie geht mit einem Foundation Brush rein. Sie meint, dass sie das Produkt gerne richtig tief in ihre Haut einarbeitet. So richtig in die Poren. Das ist halt eher so ein Putty Primer und der sorgt so ein bisschen dafür, dass euer Gesicht ebenmäßiger wird. Er hat so einen leichten White Cast. Der geht aber weg. Und sie nimmt recht viel Produkt. Also generell, wundert euch bitte nicht in diesem Video, Freunde. Sie benutzt sehr, 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 sehr viel Produkt. Ich finde es eine gute Sache, einen Primer mit einem Pinsel einzuarbeiten. Denn dadurch, dass die Härchen so richtig schön in die Poren greifen, wirkt das Ganze dann auch so ein bisschen ebenmäßiger. Ich probiere annähernd an ihre Produkte ranzukommen. Ich habe kein einziges Huda Beauty Produkt hier bei mir zu Hause. Deswegen probiere ich so ein paar Dupes gleich mit ins Video zu bringen. Ich möchte einen Double Primer machen. Ich weiß, das klingt weird, aber ich benutze unsere Nymph. Also ich werde es einfach machen. Okay, sie macht gerne Double Priming und nimmt ihren Nymph Body Glow Highlighter. Den habe ich nicht. Ich habe aber hier von Mesauda Milano dieses Light Potion Ding. Das ist ein flüssiger Highlighter. Sehr, sehr glowy. Okay, und sie geht damit einfach in ihr Gesicht. Oh Gott. Und dann hat sie ihren eigenen Pinsel. Ich nehme jetzt den hier und verteilt das im gesamten Gesicht. Ich habe das schon mal gemacht. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man wirklich ein sehr, 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 ja, glowiges Make-up haben möchte. Weil durch diesen Highlighter, ihr könnt sehen, ich sehe aus wie der Zinnmann, kommt das so ein bisschen dann durch die Foundation durch. Und eure Haut sieht einfach sehr, 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 sehr glowy aus. Ich mag das. Aber können wir ganz kurz darüber reden. Oh Gott, ich habe mich gerade angeschaut. Können wir ganz kurz darüber reden, dass das ihr Alltags Make-up ist. Also ihr Go-To-Alltags Make-up. Ich meine, sie hat jetzt schon so viele Produkte in ihrem Gesicht wie ich in einem Monat. Und ich drehe Beauty-Beauty. Und dann fängt sie einfach an, Foundation aufzutragen. Sie benutzt ihre Huda Beauty Foundation. Die habe ich nicht. Ich mische mir jetzt einfach wie immer hier meine eigene kleine Mischung. Die Huda Beauty Foundation ist recht matt. Deswegen gehe ich jetzt auch mit matten Foundations rein. Einfach damit wir diesen Unterschied zwischen dem hier und dem später kriegen. Ich benutze auch hier die L'Oreal Infallible Foundation. Gehe dann einfach in mein Gesicht. Und das ist full, full Coverage. Also die Huda Beauty Foundation, ich habe sie schon probiert. Sie ist full Coverage. Ich komme mit dem Geruch einfach nicht so klar. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Huda Beauty Produkte eure Favorite Huda Beauty Produkte sind. Und ob ich eventuell mal ein Full Face Huda Beauty machen soll. Ich müsste dann alles kaufen. Aber ihr kennt mich, ich scheue keine Kosten und Mühen für euch. Sie klatscht einfach die komplette Foundation rauf. Ich glaube, ihr könnt sehen, wie dieser Glow durchkommt. Also normalerweise ist die Foundation, ihr habt sie neulich gesehen. Falls nicht, ich verlinke es euch einmal hier in der Ecke. Sehr, sehr matt. Aber durch dieses Glow-Ding wirkt das Ganze sehr glowy. Ich bin gespannt. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder ich packe euch hier eine Umfrage rein. Glaubt ihr, dass das Make-up am Ende gut aussehen wird? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass mir das zu viel ist. Also ich bin ja schon viel an Make-up. Aber ich glaube, dass mir das ein bisschen viel ist. So, ich habe einmal ganz kurz meine Mütze geholt. Einfach damit die Haare nicht im Gesicht rumfliegen. Und dann macht sie weiter mit Concealer. Sie nimmt ihren Huda Beauty Overachiever Concealer. Ich nehme heute mal wieder den Super Stay Concealer. Ich wollte ihm noch mal eine Chance geben. Und er passt farblich im Moment ganz gut. Er ist nämlich nicht ganz so hell. Und dann blendet sie den Concealer einfach aus. Farblich finde ich den ganz schön gerade, muss ich ehrlich sagen. Gott, ich sehe mich hier schon völlig crusty. Concealer ist einmal eingearbeitet. Und ich glaube, sie setet den nicht sofort. Sondern, ich habe mir das Video schon angeguckt, sie fängt dann an zu konturieren. Mit ihrem Cream-Contour-Produkt. Okay, sie nimmt dann das Tentor-Produkt und sagt, dass die meisten Leute zu tief mit diesem Produkt gehen. Deswegen gehe ich ein bisschen höher. Ich nehme von Uma Beauty hier diesen Double Take Sculpt & Strobe Stick. Die sind sehr, sehr gut. Und buffe das dann einfach ein. Das macht sie genauso. Ich weiß zwar nicht, warum sie erst den Concealer aufgetragen hat. Weil, ich meine, der fängt ja jetzt an zu creasen, oder? Aber vielleicht geht sie nochmal rüber. So viel Produkt in meinem Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt. Aber es ist so verdammt viel Produkt. Ihr wisst, wie viel Produkt ich normalerweise trage. Okay, sie macht das Ganze auch am Kieferknochen. Das kann ich nicht machen, weil... Obviamente habe ich einen Bart. Aber das macht auf jeden Fall schon Sinn, einfach um sicherzustellen, dass das Gesicht wirklich snatched aussieht. Und dann baked sie. Und ich gehe jetzt hier nochmal kurz durch, weil das ist mir hier. Ich nehme wie immer meinen Baking-Puder. Und dann sagt sie, ihr müsst dafür sorgen, dass der Schwamm wirklich sehr, sehr trocken ist. Das Problem meistens beim Baking ist, wenn man baked und der Schwamm noch ein bisschen feucht ist, dann greift er das Puder komisch. Und das Ganze sieht am Ende ein bisschen schwierig aus. Deswegen am besten ist, wenn ihr den Schwamm eigentlich nochmal wascht nach der Foundation. Und dann rüber geht. Das mache ich jetzt nicht, weil we don't have time for that in real life. Und sie baked als erstes ihre Nase. Und presst das Puder wirklich hier in die Haut. Dann geht sie hier so ein bisschen an ihre Smile Lines. Das ist ein Trick, den ich euch selten gebe, weil mich das Problem im Moment noch nicht so betroffen hat. Ihr baked am besten eure Smile Lines hier. Dadurch cracked das Ganze nicht so schnell auf und sieht ein bisschen ebenmäßiger aus. Und dann geht sie mit dem Rest einfach über ihr komplettes Gesicht und arbeitet das wirklich ein. Und wenn es zu cakey wird, könnt ihr... Warum sieht das so komisch aus? Einfach rüber gehen. Dann nimmt sie einen Cream Highlighter. Habe ich nicht. Ich nehme jetzt einfach meine Palette und den Schwamm und gehe hier in die Farbe Can't Relate. Und setze mir das einfach hier oben mit rüber. Aber das Baking Puder ist ja noch da. Also ihr könnt sehen, ich bin total unzufrieden mit dem Concealer. Es sieht irgendwie total blotchy und fleckig aus. Und dann fake... Oh Gott, sie macht schon weiter. Sie macht schon weiter. Okay, stopp, 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 stopp. Also Base, mega. Der Concealer gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Aber sie macht weiter mit Bronzer. Und den Bronzer habe ich auch. Den mag ich auch sehr gerne. Das ist der Too Faced Milk Chocolate Soleil Bronzer. Einer der besten Bronzer, die es im Standardsortiment gibt. Und sie geht einfach nur über ihre Kontur rüber. Also ich bronzer ja wirklich hier so meine Schläfen. Aber sie geht hier über den Bronzer. Okay, und jetzt fängt sie auch schon an, ihre Nase zu konturieren. Ich nehme einfach von Essence hier dieses Nasenprodukt, dieses Konturprodukt. Und sie fängt hier oben an ihrer Braue an und geht dann einfach runter. Nase konturieren mache ich ehrlich gesagt kaum noch. Konturiert ihr noch viel in eurem Gesicht? So ich erinnere mich, so vor zwei Jahren war ja Contouring wirklich, also ohne Contouring ging es nicht. Mittlerweile denke ich mir so, okay, es ist vorbei. Meine Under Eyes sehen furchtbar aus. Okay, jetzt macht sie schon die Brows. Und dazu benutzt sie von Benefit den Precisely My Brown. Auch den habe ich, ihr wisst, ich liebe den. Das ist einer der besten Braunprodukte, die es gibt. Und da macht sie auch gleich was ganz Spannendes. Das fand ich echt krass. Und jetzt macht sie was Spannendes. Sie geht noch einmal mit dem Bürstchen durch. Verblendet das. Und fängt jetzt an, ihre Augenbrauen zu baken. Sie benutzt dafür einen fest gebundenen Pinsel, geht in ihr Puder rein und presst dieses Puder in den vorderen Bereich von ihren Brauen. Sie meint, dadurch wirkt das Ganze natürlicher, so ein bisschen Ombre Brow mäßig und geht einfach durch und presst das Produkt da richtig rein. Das macht die Augenbrauen natürlich auch ein bisschen matter. Aber ehrlich gesagt, so einen großen Unterschied sehe ich jetzt nicht so. Okay, sie ist flott in diesem Video. Dann nimmt sie die Lidschattenpalette von ihr. Ich habe nur das Dupe von Catrice. Orchid Dusk Palette. Mega, mega gute Palette. Und geht in so ein Braun. Ich glaube, das ist das hier in der Mitte bei Catrice. Und gibt sich das komplett in ihre Lidfalte. Und dadurch, dass sie meint, sie hat so ein sehr, sehr starkes Browbone, also dieser Knochen hier, geht sie mit dem Produkt etwas höher. Das sieht total komisch aus bei ihr. Aber am Ende sieht es gut aus. Und gibt sich das einfach in die Crease. Ich mache das gerne, so mit dem Bronzer hier reingehen. Aber das ist mir schon hier zu viel Farbe. Oh shit, okay. Sie macht ein Eyeliner, Freunde. Und ihr wisst, wenn ihr nämlich schon ein bisschen guckt, Eyeliner und ich, wir verstehen uns nicht ganz so gut. Deswegen atmet mit mir durch. Wir ziehen jetzt ein Eyeliner. Nicht schlecht für, ich kann es eigentlich nicht. Die Spitze ist nicht so schön scharf, aber wir arbeiten dran. Die Seite gefällt mir besser. Okay, genau. Und das ist jetzt eine ganz spannende Sache. Sie nimmt den Eyeliner und zieht den in ihr Innercorner mit rein. So katzenmäßig. Das finde ich eigentlich eine schöne Sache, weil das das Auge einfach nochmal viel, viel Cat-Eye mäßiger macht. Wow, Freunde. Huda Beauty, Beauty Guru hier am Start. Okay, ich habe den Deckel verloren. Halt, er trocknet aus. Wo ist er? Nein. Hallo. Wo ist er? Dann nimmt sie von ihren Liquid Eyeshadows so ein Ding. Ich habe jetzt hier von Luca einen bekommen. Ich habe euch das auf Instagram schon mal gezeigt. Ich setze euch das auf die Infobox. Das ist ein Bekannter, der seine eigene Make-Up-Marke rausgebracht hat. Und nimmt dann diese Glitzer-Seite und geht damit an ihre Lash-Line unten. Fragt mich nicht, warum, ne? Und dann nimmt sie wieder ihren braunen Lidschatten. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Sie will so ein bisschen Door-like sein und geht dann hier unten lang. Also nicht unter die Lashes geht sie. Sie geht einfach unter die Lashes. Das sieht total Banane aus. Okay, also von dem Augen-Make-Up bin ich gar kein Fan. Als nächstes kommt Mascara und dazu benutzt sie die Roller-Lash-Mascara. Die mag ich auch total gerne. Gibt sich das rauf und ich glaube, dann klebt sie erst Wimpern auf. Seid ihr eher so Team Lashes oder Team Mascara? Also als erstes. Okay, Lashes sind einmal drauf. Sie macht auch gleich weiter mit Lip-Liner. Und dazu benutze ich jetzt hier von Rival de Loup Young die Farbe 09 in Mauve. Okay, she's a little bit dry. Und dann geht sie mit einem Lippenstift rein. Ich benutze jetzt hier von Milani die Farbe Dulce Caramello. Meine Lippen sind ein bisschen zu trocken. Aber okay. Ich glaube, wir haben einen Punkt vergessen, Freunde. Und das ist Highlighter. Ich schau noch mal kurz, weil... Ne, kommt jetzt. Was macht... Okay, stopp, stopp, stopp. Was macht sie? Sie highlightet jetzt. Aber sie fängt an mit Highlighter hier. Okay. Wenn Huda das sagt. Sie highlightet einfach über ihre Augenbraue. Okay, und jetzt Blush sie erst. Okay, okay, okay. Dann geben wir hier nochmal so ein bisschen Blush hin. Warum macht sie Blush als letztes oder als vorletztes? Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look Huda Beauty Make-Up Routine in der Drogerie-Edition. Fast zumindest. Also. Okay, 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 okay. Ich liebe die Haut. Ich liebe dieses übertriebene, geheileitete. Aber come on. Ihr wisst das Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Das Augen-Make-Up sieht jetzt so fertig mit Lashes nicht schlecht aus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man sich da ein bisschen mehr Mühe geben könnte und vielleicht mehr als eine Farbe benutzen könnte, dass das Ganze weicher aussieht. Aber ich finde es nicht schlecht. Also, es ist nicht schlecht. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Look sagt und zu den Techniken. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Techniken ihr davon auch mal ausprobieren wollt oder vielleicht sogar schon macht. Und ich würde mich jetzt von euch verabschieden, Freunde. Schön, dass ihr hier mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.